Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Finanzen mit Ercan. Heute habe ich den Tobi bei mir, oder besser gesagt, ich bin heute beim Tobi in Stuttgart und er wird sich jetzt mal bei euch kurz vorstellen, sagen, was er macht, wer er ist und woher man ihn kennt. Ja, vielen Dank, dass ich heute mit dir bei mir sein darf, in deinem Podcast auf jeden Fall. Ich bin Tobi, aka Immogame. Man kennt mich aus Instagram und verschiedenen anderen Online-Plattformen, was ich mache. Immobilien, wie der Name schon sagt. Und ich habe eine Immobilienfirma, wir kaufen viele Bestände, handeln auch viele Objekte und haben das langfristige Ziel, die passiven Einnahmen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und das ist das, was ich so tue. Ja, ich habe verschiedene Hobbys, wie Kaltsurfen und Triathlon. Meine Lieblingsfarbe ist Rot und mein Lieblingsessen sind Spaghetti. Das wollte ich schon lange machen. Letztens hat mich jemand gefragt von einer Vorstellung und dann ist es mir danach eingefallen. Da dachte ich, jetzt wird es mal Zeit, dass ich sowas sage. Ja, geil. Also ihr habt schon gehört, Immobilien passt auch sehr gut zu unserem Account. Bei mir geht es ja auch um das Thema Mindset, Einstellungen, zum Thema Rückschläge. Da werden wir auch später drauf zu sprechen kommen, um einfach mal auch zu wissen, welche Erfahrungen du gemacht hast, weil es war bestimmt nicht immer alles rosarot und ist heute wahrscheinlich auch nicht immer alles rosarot und einfach. Und da könnt ihr schon mal ganz gespannt sein, was der Tobi euch so erzählen wird. Du bist jetzt im Immo-Game. Also erst mal, wie alt bist du? 35 jetzt. Okay. Bist du schon immer in dem Immobilienbusiness oder womit hast du denn damals deine Ausbildung gemacht? Womit hast du angefangen, damit auch alle mal wissen, welche Basis hattest du? Kommst du aus einem wohlhabenden Haus oder sagst du, nee, ich musste mir alles selber erarbeiten? Ich dachte, du fragst, warst du schon immer 35? Dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, weil ich werde oft auch als Harry Potter bezeichnet. Und meine Antwort darauf ist halt, dass ich die gegenüberliegende Partei als Muggel beleidige. Das kommt meistens sehr gut an. Auf jeden Fall, ich kann ein bisschen weiter, dann hole ich ein bisschen weiter aus. Hol mal aus. Mein Opa hat eine Firma gegründet, die hat meinen Vater geerbt, der ist krank geworden und dann hat es leider nicht geklappt. Bis zu dem Zeitpunkt lief das ganz gut und dann als ich zwölf war, ist er gestorben. Da lief es nicht mehr gut, da waren wir dann mehr oder weniger unter der Nulllinie. Und da habe ich dann erfahren, wie es ist, gar kein Geld zu haben. Davor war es schon locker flockig, da war schon ein Supreme Money Gun und danach war gar nichts mehr los. Und das war eine sehr schmerzhafte, aber sehr wertvolle Erfahrung und die hilft mir auf jeden Fall bis heute mehr als die Vielgelderfahrung. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis wir uns so halbwegs wieder berappelt haben, meine Mutter, mein Bruder und ich. Ich habe dann relativ früh versucht, dem normalen Weg zu entfliehen. Habe in der 10. Klasse angefangen zu studieren, parallel zur Schule, weil ich überspringen wollte. By the way, ich habe in der 3. Klasse noch kurz mal sitzen geblieben. Also erst sitzen geblieben, nochmal zu überspringen. Genau. Ja, keine Ahnung, hat nicht so gut geklappt in der Grundschule. Und dann habe ich im Endeffekt das Vordiplom und das Abi gleichzeitig fertig gehabt und dachte so, jetzt brauche ich irgendwie vielleicht noch was Richtiges. Und habe gedacht, ich mache jetzt mal eine Ausbildung in der Steuerkanzlei. Das habe ich nicht so lange ausgehalten, zwei Wochen und nicht wegen der Kanzlei, sondern einfach wegen dem Fakt des Angestelltenarbeitens. Damit war meine Angestelltenzeit beendet für dieses Leben. Und ich hatte davor schon so ein bisschen mit Finanzvertrieb geliebäugelt, weil ich einfach dadurch, dass ich sehr früh studiert habe, schon bevor ich quasi an der Uni war, natürlich von Finanzvertrieblern akquiriert wurde. Okay. Wie das eben so stattfindet. Und ich konnte halt nicht anfangen, weil ich nicht 18 war. Und ich bin dann halt relativ bald dann bei Tekes an den Start gegangen, habe da so ein bisschen Büro aufgebaut. Waren auch 35 Leute irgendwann mal, haben nicht so richtig Geld verdient, aber es war trotzdem lustig. Und von da ist so ein bisschen das finanzielle Thema alles so richtig gestartet. Also ich habe wesentlich früher schon meine Mutter und mein Bruder zu Immobilien gezwungen. Das war für die auch gut, weil dann waren das Immobilien in Stuttgart für 40.000 Euro, die dann irgendwann 160 wert waren und steuerfrei und eigentlich abgezahlt und die Mietrendite irgendwo im 15, 18 Prozent Bereich. Also coole Deals für die. Ich selber habe das nicht gemacht, weil ich es mir nicht leisten konnte die ersten paar Jahre. Weil es fast alles Geld wieder so in den Unternehmensaufbau reingeflossen ist. Oft auch nicht so sinnvoll, aber am Anfang wusste ich halt nicht, was sinnvoll ist und was nicht. Und dann habe ich so da den ersten Touchpoint gehabt eben im Finanzwelt. Ich habe dann noch auf kleinem Umweg einen Club aufgemacht, das Pure. Also Tekes warst du jetzt wie lange? Mit 18 konntest du dann endlich starten? Ja, ja. Ich habe schon tatsächlich während der Schulzeit so die ersten Sachen machen können, weil aufgrund meines Sitzenbleibens war ich ja ein bisschen älter. Aber so richtig gestartet bin ich wahrscheinlich nach der Schule dann. Ich war da, würde ich sagen, drei, vier Jahre sehr aktiv. Und dann hat der Club übernommen. Den habe ich sehr unüberlegt aufgemacht mit einem Kumpel, den ich davor in einem Hühnerstall Musikstudio kennengelernt habe. Wir kannten uns nicht, aber haben halt das dann mal gemacht. Und es lief gar nicht gut, war sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und hat dann aber irgendwann doch funktioniert. Und daraus ist dann auch die erste finanzielle Freiheit entstanden, mal selber Immobilien zu kaufen. Das habe ich dann gemacht. Eine nach der anderen. Immer wieder so kleine Buden. Und die sind jetzt teilweise auch schon steuerfrei zum Verkaufen. Das müsste ich eigentlich mal machen, aber wenig Priorität darauf, gerade eher andere Themen. Und dann irgendwann habe ich mal die erste geflippt. Das hat dann 80.000 Umsatz gemacht. Also kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Ja, wir haben eine eingekauft, eine Wohnung in der Nähe von Heilbronn. Und da hatten wir, also Simon und ich, Geschäftspartner, wir haben uns beim Besichtigen kennengelernt. Da hatten wir dann irgendwie für 80 gekauft und für 160 verkauft. Und haben irgendwie um die 80.000 Gewinn gemacht. Und wir so, krass, das ist wirklich viel. Weil davor war so, hey, ich mache 120 Euro Cashflow mit meiner Wohnung. Das finde ich immer noch geil, tatsächlich. Also ich glaube, die Relation zu Geld darf da nicht verloren gehen. Aber das war mega viel. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir flippen so drei, vier Wohnungen zusammen im Jahr. Damit jeder von uns so ein bisschen eher Paraglide-Ich-Kite-Surfen kann und Chilly-Lifestyle. Aber trotzdem viel Kohle. Und es war im ersten Jahr zwei Wohnungen, weil es so ein Rumpfgeschäftsjahr war. Und im zweiten Jahr waren es dann 30 oder so. Und damit war es dann geschehen und dann wurde es halt größer. Darf man wissen, was ihr da gemacht habt mit diesen 30 Wohnungen? Weißt du es zufällig noch? Also sagen wir es mal so, die Jahresüberschüsse haben sich so von 100 auf 400, auf 2 Millionen entwickelt. Und dann irgendwo in dem Bereich meistens geblieben, weil es ja auch gewisse Kosten dann auch gibt, die entstehen. Und dann gehen die Mitarbeiter hoch und das Büro wird größer. Und es entstehen einfach Situationen, wo man mal mit 300.000 Euro Sanierung rechnet und dann eine Million braucht. Also man lernt ja dann. Und ich habe da auch viel gelernt. Und dadurch hat sich das da irgendwo eingependelt. Und in welchem Alter habt ihr da gestartet mit dem Flippen? Das war so 2014. Wie alt war ich da? Na, 25, wenn es vor 10 Jahren war. Ach, 80. Ja, hey, danke. Und deswegen machst du Finanzen, weil du bist Mathematiker. Ja, nee, ungefähr sowas ja in die Richtung. Inzwischen ist das Flippen nicht mehr so einfach. Also der Markt gerade ist zum Einkaufen cool, aber es ist zum Verkaufen sehr schwierig. Und auch da ist der Finanzvertrieb sehr gut gewesen für uns, weil wir können halt Immobilien auf Papier verkaufen. Das kann ein Makler selten, ohne Makler anzugreifen. Makler haben eine ganz andere Orientierung. Ein Kapitalanlagevertrieb macht was ganz anderes. Das war ein Vorteil für uns. So konnten wir halt an der Stellschraube verkaufen, natürlich auch die Marge vergrößern. Vor allem, weil wir keine externen brauchten. Du bist ja auch in dem Bereich unterwegs gewesen, du weißt es ja selber. So ein Immobilienvertriebler, für alle die, die das nicht wissen, verdient gut und gerne mal an die 20% Provision. Das ist schon sehr viel. Und wenn das halt drin ist, dann wird die Immobilie natürlich irgendwann auch unlokrativ für den Kunden. Deswegen machen wir das intern und haben dadurch diese Kostenposition nicht. Weil nachher ist es immer der Kunde, der das zahlt. Weil meine Immobilie soll für 180 raus, der Typ will nochmal 20%, dann geht es halt irgendwie für 210, 220 über den Tisch. Das ist halt dann ja... Das muss sich ja noch lohnen für die Beteiligten und dann muss man natürlich schauen. Ja, genau. Ja und so bin ich da hingekommen, wo ich jetzt halt bin. Jetzt sind wir in der Aktiengesellschaft und haben das langfristige Ziel, dass jeder Mensch sich die Curly-App runterlädt, monatlich oder auch einmalig Geld investiert und dann monatlich einen Cashflow generiert, den wir Curly nennen von Recurring Income. Das müssen wir dann mal auf, also an anderer Stelle nochmal genauer erläutern, dass wir dann mal intensiver drauf eingehen. Sofern Interesse besteht, dann könnt ihr es gerne mal auch kommentieren, damit wir das wissen. Was waren denn so deine großen Learnings dabei? Also wirklich jetzt, ich sag mal, du hast jetzt schon erzählt, du weißt, wie es ist, wenn man gar kein Geld hat und jetzt hast du mehr Geld. Und was waren so deine Learnings dabei? Erstmal, wenn wir jetzt auf Thema gehen... Immobilieninvestoren haben nie Geld. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal auf das Learning zum Beispiel, wo du sagst, kein Geld vorhanden. Und was hast du jetzt gemerkt und wertgeschätzt zu heute? Ja, also es gibt natürlich da verschiedene Phasen, dann kein Geld, dann irgendwann mit dem Club das erste Mal richtig Geld verdient. Das war dann eine kurze, aber wirklich sehr kurze Lifestyle-Inflation, wo ich dann gedacht habe, ja okay, jeden Monat 20.000, 40.000 Euro zur Verfügung. Ich muss nicht so richtig darauf achten. Nichtsdestotrotz habe ich immer investiert. Also es gab keine Phase in meinem Leben, wo ich nicht Großteile von meinem Einnahmen irgendwie investiert habe. Und deswegen habe ich auch bis heute keine geile Uhr, weil jeder Zehner, Zwanziger, Dreißiger, der bei mir angekommen ist, ist in eine Wohnung gelandet. Und das größte Learning ist nachher aus dieser Keine-Geld-und-Geld-Zeit, dass alle immer versuchen, wenn irgendwas nicht funktioniert, die Probleme mit Geld zu lösen. Und es nie funktioniert mit Geld, weil mit Geld verkaufe ich mir, wenn dann Zeit, bringt aber nichts, meine Schulden werden größer. Ich muss halt das System anpassen, sodass das System funktioniert. Da gibt es ein gutes Buch, Power of Broke heißt das. Das ist von so einem Shark Tank-Typ, der hat FUBU gegründet. Und der beschreibt halt, dass er bis heute als Milliardär Unternehmensgründungen und Maßnahmen so umsetzt, als ob er kein Geld hätte. Weil wenn du Geld brauchst, um Geld zu machen, dann wirst du nie erfolgreich werden. Du musst ohne Geld Geld machen können. Und das ist der Skill, der dadurch entstanden ist. Das würde ich sagen, ist das größte Learning daraus. Sehr gut. Also sehe ich genauso, dass man einfach dann auch, du wirst ja auch kreativer. Weil du weißt, was du musst nicht machen. Du musst kreativer werden. Ja, du wirst und du musst kreativer werden, weil du fängst mit null Startkapital an. Sagst, ich fange immer wieder bei null an. Ja. Welche Ideen gibt es und vielleicht fällt dir auch dann was ein, was andere gar nicht machen, wo du denkst, es ist so simpel. Die Cashflow-Conference fängt mit null Euro Startkapital an. Und danach geht es hoffentlich bergauf. Ja, nee, also es ist einfach, wenn die Cashflow-Conference nicht in der Lage ist, für sich selbst Gewinn zu erzielen, also ein lukratives Unternehmen zu sein, dann ist das ein scheiß Konzept. Es ist hart, aber es ist so. Und anders funktioniert es nicht. Vielleicht ist es defizitär am Anfang. Also viele Businesses sind die ersten ein, zwei, drei Jahre defizitär. Das ist okay. Das kann so sein. Aber ich muss halt sehen, dass es funktionieren kann oder eine Richtung hat. Ja, also sehe ich, sind wir gleicher Meinung. Ja. Also hierzu werden wir nochmal auf anderer Stelle ebenso nochmal Werbung machen für die Cashflow-Conference. Auf jeden Fall sehr interessant und eine sehr gute Investition in sich selber. Ja, und mit dem Code ERJAN10 gibt es auch nochmal 10% Rabatt auf alle Tickets. Ja. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Wir werden auf jeden Fall eine Verlinkung noch hier unter dem Podcast machen. Ihr könnt schon sehr gespannt sein. Was ist denn, also was ist dein Ziel aktuell mit dem, was du machst? Also jetzt gerade bei dir ist ja eigentlich Emo, Emo, Emo. Es gibt nichts anderes. Was ist dein genaues Ziel? Was steckt dahinter? Also wir hatten eine Phase, wo wir dann, wie schon erwähnt, super schnell groß geworden sind und einfach unser Vermögen jedes Jahr oder unser Firmengewinn einfach verdoppelt haben. Über Jahre hinweg. Und dann aber sehr schnell festgestellt haben, dass wir so ein purposeloses, zweckloses Vehikel sind und einfach nichts bewirken damit und auch keinen Impact haben. Und daraus ist die Curly entstanden, die zum Zweck hat, möglichst vielen Menschen einfach Zugang zu passivem Einkommen zu ermöglichen, indem sie einfach bei uns investieren können und aber direkt an den Deals beteiligt sind und damit auch eine gute E-Karantite haben, weil die E-Karantite entsteht in uns ja trotzdem, weil wir auch finanzieren und leveragen. Und das finde ich ein bisschen geiler, weil wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo ich dann meine erste Wohnung hatte und da hatte ich 100 Euro, Cashflow-Überschuss oder 110, das war so geil. Dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert das System. Ich habe 500 Ausgaben und im nächsten Monat habe ich aber 600 Einnahmen und dann bleiben 100 einfach auf dem Konto. Und im nächsten Monat sind 200 auf dem Konto und irgendwann sind es ein paar Wohnungen und dann stelle ich fest, okay, ich habe nichts auf das Konto getan, aber es sind halt 18.000 Euro da auf einmal, weil halt aus sechs Wohnungen Geld dahin kommt. Und das war so ein geiles Learning und auch für mich persönlich so eine große Sicherheit, auch finanzieller Natur, zu wissen, okay, ich kann da was machen, was mich finanziell absichert, sodass ich nicht in diese Situation zurück muss. Die ist, hey, Mama, kann ich einen Kaugummi kaufen? Und sie sagt, nein, wir haben keine Kohle. Oder hey, warum haben wir eigentlich kein Auto mehr? Wir hatten doch vorher zehn. Also war wirklich so. Und ja, wir haben kein Geld. Und dann hatten wir einen befreundeten Mechaniker aus Markstadt, Renault-Werkstadt, der hat einfach meiner Mutter einen Twinko geschenkt, weil wir da halt früher immer mit der G-Klasse waren. Das waren noch andere Zeiten. Und der hat es halt gesehen, der hat es leid getan und der hat uns halt einen Twinko geschenkt. Das war krass, weil dann hatten wir ein Auto. Ja, cool. Wirklich cool. Es gibt wenig Menschen, die solche Sachen machen, aber das bleibt natürlich auch in Erinnerung. Auf jeden Fall. Und ich denke auch einfach, dort nochmal bodenständig zu bleiben, wissen, wo man herkommt, ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt aber nochmal gerade auf das Immobilienthema reingehen, weil du sagst, in euch zu investieren. Es gibt ja oft auch auf Social Media vor allem diese Angebote mit, hey, mit 200 Euro bist du im Monat dabei, aber du musst investieren und kannst so eine Immobilie kaufen. Ich verbinde es aber meistens damit, dass du eine Investition tätigst und es deine Haushaltsrechnung erstmal mit 200 Euro belastet, weil die immer von dieser Investition sprechen. Ja, richtig. Du sprichst jetzt nicht davon. Ich spreche jetzt nicht direkt davon, dass du direkt eine Immobilie kaufst, sondern dass du einfach sagst, hey, ich will im Monat, keine Ahnung, 25, 200, 5000 Euro sparen und dann kriege ich ab dem Folgemonat direkt Cashflow zurück. In dem Maße, wie ich halt Geld einzahle. Wie genau das aussehen wird, wir sind noch nicht ready. Das ist rechtlich nicht so ganz einfach in Deutschland. Also das, wovon ich erzähle, kann ich noch nicht anbieten. Das ist nur die Vision, weil du gefragt hast, wo es hin soll. Ja, ja, genau. Aber was wir aktuell machen, ist bisher noch auf ganz anderer Ebene. Das ist so ab 200K nehmen wir Joint Venture Investments an. Aber das ist für viele nicht möglich, weil sie einfach nicht so viel Vermögen haben und auch wenn sie so viel Vermögen haben, das nicht auf ein Pferd setzen möchten. Das ist tatsächlich für Leute, die schon ein bisschen mehr Cash irgendwo zur Verfügung haben. Aber das ist so die langfristige Perspektive und der Plan. Weil unser System so funktioniert, dass wir eben Bestände kaufen, die gut verzinst sind, das heißt gute Mietrenditen erwirtschaften und gleichzeitig aber auch handeln. mit Objekten. Und da ist halt sehr viel Marge drin. Und davon profitieren die Leute, glaube ich, nachher am meisten, weil das Handeln, das können die meisten nicht. Bestände kaufen geht vielleicht noch. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Auch aus steuerlichen Gründen nichtsdestotrotz sinnvoll. Aber Immobilienhandel ist nochmal ein bisschen herausfordernder. Ja, das ist definitiv so. Also je nachdem, welche Größenordnung du hast. Ich sehe es ja auch bei den Eigenheimen zum Beispiel. Das ist im Normalfall die größte Investition, die du in deinem Leben tätigen wirst. Ja, fast immer, oder? Ja. Also je nachdem, wo du kaufst. Aber Löcherach haben wir ja auch schon vor kurzem darüber gesprochen. Ist auch teuer. Ja. Und Stuttgart ist auch teuer. Also du bist häufig knapp, du kratzt häufig so an 700, einer Millionen oder sowas bei vielen von den Häusern. Mhm. Ja. Ganz schnell, ja. Ja, definitiv. Tobi, wo siehst du dich oder dein Unternehmen in fünf Jahren? Ja, das ist ... Auch so bezogen auf den Immobilienmarkt? Zu deiner Einschätzung? Ich sehe uns gar nicht so richtig als Immobilienunternehmen. Das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck, um passive Einnahmen zu generieren. Ich denke aber auch, dass wir aufgrund der Größenordnung, die wir annehmen und auch sukzessive gerade annehmen, also früher kamen wir so Wohnungen gekauft, jetzt kamen mal Mehrfamilienhäuser dazu, das war was Besonderes. Inzwischen ist das Besonderes, wenn wir ein Mehrfamilienhaus und nicht ein Portfolio kaufen, weil es schon nervig ist, wegen einem Mehrfamilienhaus zum Notar zu gehen. Es kostet Zeit und ... Also ob ich jetzt eins prüfe oder 40, ist genau gleich. Und so verändert sich da die Perspektive drauf. Das ist übrigens auch ein Learning. Scale, also Skalierung, meistens macht es Sinn, das größere Ding gleich zu machen und nicht das kleinere. Warum? Weil wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel mir kaufe, habe ich halt eine Million ausgegeben und habe halt zwei Prozent Tilgung, das baut 20.000 Vermögen auf. Vielleicht noch Cashflow-Überschüsse, weiß ich nicht. Vielleicht noch Steuervorteile. Wenn ich halt eine Wohnung kaufe für 100.000, das sind halt dann 2.000 Euro im Jahr. Das ist zehnmal weniger. Ich bin zehnmal schneller oder zehnmal langsamer. Wenn ich es finanziell kann, ist die Entscheidung für mich relativ einfach. Und ähnlich ist es beim Immobilienkaufen halt in einer großen Skala auch. Weil ob ich jetzt ein Sechsfamilienhaus kaufe oder 40 mal das gleiche Sechsfamilienhaus, ist überhaupt kein Aufwandsunterschied. Ganz im Gegenteil, größere Deals gehen manchmal besser als die kleineren, weil da ist weniger los. Ja, aber da ist ja meistens das Eigenkapital dann das Problem. Ja, das ist bei uns auch das Problem. Das meinte ich vorher mit Immobilieninvestoren sind immer arm. Das ist das rarste Gut des Immobilieninvestors, das Eigenkapital. Deswegen versuchen wir es auch mit allen Mitteln zu schützen. Ja, da haben ja eher viele das Problem. Deswegen fangen viele mit einer kleinen Wohnung an. Auch für die Erfahrung, für das finanzielles Risiko. Wobei es auch ganz cool ist, weil du kannst ja auch mit einer Wohnung anfangen und dann ist die nach fünf, sechs Jahren ein bisschen getilgt. Wenn du Glück hast, ist deine Bank locker drauf und lässt sich das nachbeleihen. Dann kaufst du dir eine Wohnung dazu. Vielleicht hast du in der Zwischenzeit aber auch schon wieder EK gespart und kannst gleich zwei kaufen. Dann arbeiten schon drei Vermögenswerte für dich. Und wenn es mal zehn, 15 Jahre geht, ich sage immer so aus einer Wohnung pro Jahr kann man 100 machen in 20 Jahren. Weil in dem Moment, wo ich die erste Wohnung steuerfrei verkaufe, kann ich mir im Regelfall ein Mehrfamilienhaus kaufen davon. Im Normalfall, ja. Einfach mit so einer halbwegs sinnvollen Lageentscheidung und einer sinnvollen Wertentwicklung, die über die zehn Jahre passiert ist mit ein bisschen Tilgung und so dem Ganzen außenrum. Wenn ich das halt zehn Jahre so mache mit Wohnung und danach zehn Jahre lang noch mir ein Mehrfamilienhaus dazu ballere, kriege ich wahrscheinlich 100 Einheiten zusammen. Und das ist schon substanzielle Mieteinnahmen dann. Auf jeden Fall. Also vor allem halt auch vorgesorgt. Richtig, ja. Selbst wenn du im Rentenalter sagen würdest, ich habe keine Lust mehr auf alles, könnte ich alles verkaufen, hast du ordentlich gewinnen. Vermutlich sogar steuerfrei. Außer die Regierungssituation möchte das nicht weiter begünstigen, wovor ich nicht Angst, aber sagen wir mal Respekt habe. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommen wird. Lassen wir uns überraschen. Jetzt haben wir auch über die Pläne gesprochen, auch was du so in fünf Jahren siehst und was du erwartest. Was alle so interessiert immer, wir sind Unternehmer und jeder hat auch mal diese Probleme. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Ja, das ist ein großes Thema. Es kommt ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Wenn ich auf einem ADHS-Peak bin und hardcore hyperaktiv gerade, dann geht es mir komplett am Arsch vorbei. Dann passiert gar nichts. Das ist fast schon gefährlich. Aber bin mir nicht ganz sicher, wie sich das verhält. Aber im Regelfall ist jeder Rückschlag so ein bisschen eine Trainingssituation, die das irgendwie einordnet und sagt, hey, das war nicht richtig so. Du musst es irgendwie anders machen. So versuche ich es zu nehmen. Manchmal ist es natürlich erst mal ein bisschen rumflennen kurz und Tränen wegwischen. Aber das darf halt nicht zu lange dauern, weil alles, was auf der Stelle steht, funktioniert nicht gut. Und ich finde Action, also eine Gegenaktion oder eine Maßnahme, um das Problem zu beheben, ist immer eine gute Geschichte, um auch die mögliche Angst oder die Depression oder die Trauer aus diesen Rückschlägen rauszunehmen. Klar, es gibt Rückschläge, da kann ich nichts machen. Familienmitglied stirbt. Da gibt es jetzt keinen Tipp dazu, würde ich sagen. Ja, also da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Ja, aber wenn jetzt geschäftlich ein Rückschlag passiert, dann habe ich halt Scheiße gemacht und muss halt nochmal gescheit machen. Das ist relativ einfach. Und wenn ich dem nicht gewappnet bin, dann sollte ich nicht selbstständig sein. Und jetzt in deiner Situation, in Tagen, Minuten, Stunden, was wäre, wo du sagst? Kommt drauf an. Also es gibt teilweise Rückschläge, die schwanken im Bereich von einer Million oder manchmal auch zehn Millionen Beträgen innerhalb von 30 Minuten hin und her. Meistens warte ich erstmal ein bisschen, weil die Sachen meistens weniger schlimm sind, als sie sich ankündigen. Das ist so die Realität da dahinter. Und es ist auch ein bisschen eine Gewöhnungssache. Ich glaube, der Zustand, dass Rückschläge passieren, sollte als, keine Ahnung, als Default-Einstellung im Unternehmer vorhanden sein, weil es werden die ganze Zeit welche kommen. Es werden die ganze Zeit Sachen nicht funktionieren und das gehört einfach schlichtweg dazu. Und irgendwann bin ich, manchen nennt es abgefuckt genug oder ich bin halt erfahren genug, dass ich weiß, okay, die kommen. Es gibt vielleicht eine Lösung, vielleicht gibt es auch keine. Und wenn es keine gibt, ist auch kein Weltuntergang. Sehe ich im Prinzip genauso. Wie du sagst, du willst jetzt dieses Objekt haben, weil es ein geiler Deal ist. Und vielleicht hat es halt einfach einer vor der Nase weggeschnappt. Aber es wird ja noch andere gute Deals geben. Dieser geht zwar flöten, es ärgert einen in dem Moment extrem. Doch eben die Frage ist einfach, wie lange stecke ich jetzt meinen Kopf in den Sand und beschäftige mich damit, anstatt nach weiteren guten Deals zu suchen. Ja, manche Sachen fallen mir leichter, sie loszulassen und manche Sachen nicht. Ich glaube, das ist sehr individuell und hängt vielleicht auch von der aktuellen Situation ab. Manche Themen, die nicht funktionierend haben, die trage ich gefühlt Jahre mit mir rum. Und bei manchen schaffe ich sie einfach gehen zu lassen innerhalb von Sekunden. Aber mit zunehmender unternehmerischer Erfahrung gehen die Sachen schon schnell einfach wieder, weil es mir egal ist dann. Muss es halt irgendwann auch sein. Muss es sein. Es wird vom Kopf her anstrengend und auch von der Psyche. Ich glaube, das wird dann eher gefährlich. Ja, also gerade jetzt auch, wenn man jetzt auf dein Unternehmen bezieht, du hast ja mit dem Simon, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Es sind so 20. Genau, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung. Jetzt überleg mal, und du steckst deinen Kopf immer wieder in den Sand, weil irgendwas nicht gelaufen ist. Ja, das geht nicht, weil du musst ja auch als Vorbildfunktion meiner Meinung nach halt mit Vollgas voran. Dann gehen auch die Mitarbeiter gerne mit Vollgas voran. Richtig, ja. Das ist schon auch wichtig. Ja, die Verantwortung. Tatsächlich belastet mich in keinster Art und Weise. Aber es ist schon so. Die gucken schon. Und die wollen ja auch ihre Kohle jeden Monat. Und ich will die auch jeden Monat bezahlen können, vor allem. Genau, weil... Payroll ist schon ein Thema ab einer gewissen Größenordnung. Da kommt was. Ja. Will bezahlt werden. Ja, du hast ja eine Verantwortung, weil du ernährst ja Familien damit. Richtig. Aber auf der anderen Seite ist es schon noch so, dass ich im Idealfall ein Setup von Leuten habe, die wesentlich mehr dem Unternehmen beitragen, als sie kosten. Aber auf der anderen Seite jetzt bei uns zum Beispiel auch wieder durch Aktien und so beteiligt sind. Also bei uns sind die Mitarbeiter da beteiligt und werden jedes Jahr auch mit Bonus, mit weiteren Aktien versorgt. Sodass es dazu führt, dass sie halt irgendwo auch einen Share von dem ganzen Wachstum mitkriegen. Weil wenn eine Aktie von 1 auf 300 steigt über die Jahre, ist es natürlich ein prozentuelles Wachstum, das jetzt nicht so leicht zu erreichen ist mit einem klassischen Kapitalmarkt. Und wenn die halt ihre Lebenszeit dafür hergeben, da mitzuwirken als in dem Team, dann sollen sie auch irgendwo daran beteiligt sein nach einem finanziellen Ertrag. Vor allem das Geile ist ja, die Motivation ist ja viel größer, weil die wissen genau, wenn ich Gas gebe und wir erreichen noch mehr, dann habe ich später ja auch noch mehr. Richtig, ja. Im Idealfall haben die mit ihren Dividenden ihre Altersvorsorge auch geklärt dann. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Die, die jetzt jung und früh dabei sind, wahrscheinlich schon wesentlich früher, dann müssen wir nur gucken, ob die noch Bock haben zu arbeiten, wenn sie mehr Ausschüttung kriegen als Gehalt. Aber ich glaube tatsächlich schon. Ich kenne einen, der sehr lange bei Apple ist und jede Aktien gekauft hat, die ihr kaufen durfte, rabattiert. Und der hat mehr als sein dreifaches Jahresgehalt an Dividenden nur aus der Apple-Aktie. Geil. Und arbeitet nach wie vor bei, ja, why not? Und wenn es ihm Spaß macht? Richtig, ja. Dividenden sind was Geiles. Ja. Wir kombinieren ein bisschen Dividenden mit Real Estate bei uns. Weil ich das selber auch für mich will. Ich will am liebsten bei Comdirect reingucken. Ah, Curly Aktie, Dividendenausschüttung diesen Monat. Sehr gut, freue ich mich. Dann habe ich auch weniger mit der Steuererklärung zu tun, dass dann der eine Zettel, der ruhig eigentlich gar nichts mitmachen muss, weil er halt sowieso schon gemeldet und bezahlt ist. Ja, auf jeden Fall. Cool. Das hat mich jetzt auf jeden Fall gefreut, die Eindrücke von dir. Und so die entscheidende Frage am Ende immer, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Also ich habe ganz lange damit gehadert, so wirklich das zu machen oder meine eigene Meinung durchzudrücken. Ich habe das schon immer irgendwo gemacht, aber immer sehr stark beeinflussen lassen von extern. Und oft gemacht, was andere eher wollten oder für andere. Das würde ich anders machen und würde es intensiver dem nachgehen, wo mich mein Herz hinleitet. Da gibt es ein gutes Buch dazu, Paolo Coelho, der Alchemist. Ich finde, das ist so die Perfektbeschreibung, wie es funktionieren sollte, aus meiner Perspektive. Das hätte ich früher schon ein bisschen gemacht. Ich habe dafür lang gebraucht, wahrscheinlich so bis fast Mitte 30. Die letzten zwei, drei Jahre hat sich das erst geändert. Und das könnte ich mir vorstellen, hätte noch mehr Spaß dann gemacht. Ob es mehr geworden wäre, was auch immer mehr ist, welcher Maßstab, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen weniger gegrindet gewesen. Ich habe schon hier und da rumgegrindet. Nicht auf Grinder, aber rumgegrindet. Aber was ich cool finde, du sagst erst in den letzten zwei Jahren, obwohl du zum Beispiel seit über zehn Jahren Immobilienbusiness auch beschäftigt bist und auch davor schon selbstständig warst, das Alter spielt keine Rolle. Überhaupt nicht. Ist auch egal, wann du anfängst. Genau. Also ich finde auch, wenn wir jetzt gerade noch mal weitermachen dort, auch die Geschwindigkeit von deinem Business, klar sind vielleicht andere schneller als du, aber ich sage einfach, solange du dich wohlfühlst und dein Business gesund aufbauen kannst, spielt die Geschwindigkeit einfach keine Rolle. Und das finde ich gut einfach, dass du auch deine Geschichte hast, wie es bei dir funktioniert hat und auch nicht funktioniert hat. Und das ist einfach wichtig, was wir den Leuten auch mit auf den Weg geben wollen. So ist es. Das macht durchaus Sinn. Vielleicht ist es auch sinnvoll, nicht in die Vergleichsmodus zu kommen, aber vielleicht hier und da zu sehen, hey, guck mal, die und die Person hatte auch den gleichen Struggle wie ich. Genau. Und ich denke, das ist auch gerade ein sehr guter Abschluss. Tobi, ich freue mich, dass ich bei dir den Podcast mit dir aufnehmen durfte. Und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ihr könnt euch gerne diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten und auch euer Feedback hinterlassen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke dir für die Einladung. 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 Vielen Dank.